Ja und damit herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Feed the Beast Unleashed bei Anonymous und bei KaffeebeichLP und davon sind dabei McFly und Gorobai. Hi. 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 Ich bin der Gorobai. Ich bin die Anonymous. Ich bin der McFly. Der will ja auch keiner sein. Ich bin ganz froh drüber. Der stinkt nämlich der McFly. Und du kannst mir nicht entkommen. Nice try, Schweinchen. Nice try. Nice try, go bye. Auch ein Schweinchen. Hey. Gar nicht wahr. Ich bin kein Schweinchen. Boah, die Landschaft sieht ja auch mal saugeil aus. Hier hätten wir auch was bauen können. Es gibt viele Stellen, wo wir hätten bauen können. Mhm. Insgesamt finde ich, dass hier in unserer Umgebung ziemlich viele geile Orte sind, so um irgendwas zu bauen. Ach, hier war ich aber auch schon auf jeden Fall. Oder? Nee, hier war ich noch gar nicht. Der fuck, wo bin ich denn hier? Ich hab grad hier noch ein Wither-Dings gefunden. Ein Wither was? So ein Wither-Spawn. Aua. Und da sind sogar noch Wither-Spawn. Nicht Wither. Wie heißt denn das? Wisp-Spawn. So. Ach so. Ich würde sagen Wither-Spawn. Na ganz schön krass. Das ist echt ein bisschen... Ich glaube Wither-Spawn gibt es nicht in der Overworld, oder? Nee, Wither-Spawn allgemein nicht. Sollte es generell eher nicht geben. So. Jetzt piept das ganz doll und so und es ist so schön geworden. Was piept? Mein verwünschter Garten hier. Ach, hast du Vögel jetzt reingemacht? Vögel und Rentiere und ein Wildschwein. Wenn sie komische Kristalle in der Gegend rumstehen sehen, das sind meine. Die laden die Energiequellen wieder auf. Sollten da irgendwelche Wisp rumfliegen, das kann gut passieren. Sollte da irgendwas anderes Böses passieren, das kann auch gut passieren. Da war doch ne Kuh vorhin. Ich brauch ne Kuh. Wo ist der Vogel hin? Ja. Magische Energiequellen brauchen halt nicht ihre Energie. Ohhhh. Die Opfergaben. Mörder. Komm her, komm her! So, ein Thema. Ich hab mir jetzt was überlegt. Ja. Und zwar, was haltet ihr denn so allgemein? Ich hab mir doch kein Thema überlegt. Was haltet ihr so allgemein? Hm. Hä? Was... Was haltet ihr so allgemein? Ich halt... Morgens halte ich meine Zahnbürste? Oh oh. Nein, darum ging es ja nicht. Ich dachte ich hätte ein Thema, aber ich hab's doch nicht. Das ist ja geil. Du dachtest, wenn du einfach so anfängst, dann... Dann kommt noch mal spontan irgendwas in meinen Kopf. Aber es hat einfach nicht geklappt. Nein, falsch. Ja. Verdammt. So, wilde Schweinverpaarung. Hier, Hühnchen. Kannst du doch nicht einfach machen. Doch, kann ich. Wenn die Peter davon erfährt, dann erfährt sie davon. So. Seid ihr schon wieder Parvus Willich? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Max, Max und ich sowieso. Seid Parvus Willich, ja, das glaub ich. Oh, du bist ja gemein, Anne. Das geht ja mal gar nicht. Ey, das ist voll nicht okay, ey. Oh Gott, was lachst du jetzt? Das hat nicht ganz geklappt. Oh Gott. Was hast du angestellt? Hallo Wolfi? Na? Na du kleiner Wolf? Na du kleiner Wolf? Na du kleiner Wolf? Du könntest bitte keine, keine irgendwelche Wünsche und Lüste mit irgendwelchen Tieren ausführen. Wo willst du denn, Thomas? Im Twilight Forest. Kommst du mal zurück, ich hab ein Geschenk für dich. Das sieht gerade schlecht aus, aber ich bin gleich wieder da, ja. Hm. Gut, dann bring ich eins von den Geschenken, bring ich schon mal. Max, Max, wo bist du? Ein grünes Schaf. Ich bin an einem geheimen Heimenort, an einer geheimen Heimstelle. Ich flieg gerade zum Lager. Bin gerade bei dir drin und guck deinen Zauberstab an. Der sieht so verlockend aus. Feier. So, wo geht's denn wieder zum Portal? Ich warte vor deiner Tür, ja? Hast du in deinem Haus jetzt die Portale eigentlich? Äh, ne. Oder? Balkonnie oder was? Ne, wir haben gar keine Portale. Noch nicht. Bist du in den Twilight Forest gekommen? Mit unserem Twilight Forest Portal. Ja. Und das ist bei Connys Haus, oder? Das ist doch hier unten? Ach, das da. Ach, beim Bahnhof. Dann warte ich da auf dich. Ich bin doch schon wieder in der Open World. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Das war gerade zu Baken. Was? Oh, bist du fies. Wohl. Ne, Montan lebt es noch. Jetzt ist Baken. Oh, bist du gemein. So, Anne, du musst dir das mal angucken hier. Wo bist du denn? In dem neuen Haus, das ich gebaut habe. Wo bist du denn da? Okay, ich guck's mir mal an. Moment. Ne, du musst nicht reinfliegen, da ist nichts drin. Hä, wie komm ich denn da hoch? Ja doch, da, da, hinten hier. Ach so. Warum hast du hier einen Endertort reingemacht? Oh, oh. I'm out. Ah, ne. Was haben wir dir durchs Trouen gesagt? Kommt immer zweimal mehr zurück. Oh, das sieht ja süß aus. So ein kleiner Zufluchtsort hier. Oh, guck mal, ein Wildschwein ist es hier auch noch. Ich bin der Wildschwein, ich bin der Wildschwein. Ah, das ist ja süß, Tore. Was passiert mit den hier schon mal, die Streicher sind? Die werden golden und das Wildschwein auch. Also der Endertort ist gerade verreckt. Wollte ich dir mal gesagt haben. Ich dachte, der passt gut in deinen exotischen Garten rein. Und jetzt kam der Angry Enderman. Hast du den auch getötet? Seine Mami. Seine Mami? Mama. Mami? Man kann es auch vorteilhaft sagen. Die haben Enderperlen gedroppt. Beide. Siehste, habe ich dir die Geschenke mitgebracht. Die waren nur verpackt. Ehe. 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 Die Steine связre zu mir! Warum züchtest du die nicht? Mach ich ja, aber egal, wie die es ja zu uns machte. Mach ich ja, aber je mehr Kühe ich finde. sollte duschwindeln sie denn. Undュchwindeln sie denn?! Je mehr Kühe ich Finde! Je mehr Jg's euer findet. Two schneller geht das ja mit der Vermehrung. Dauert ja auch immer ne Weile bis die wieder fruchtbar sind. Leider! Anne, wo bist du denn? Ach, das ist ne Kuh. Komm her! Anne, wo bist du? Ähm. Hinter atme Nether Portal bei Max's komischen ähm, asiatischen Tempel. Ding, 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 ding. Okay, ich habe auch ein Geschenk für dich. Nein! Lass mich in Ruhe, ich will deinem Geschenk für mich. Doch, warte mal. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, so wie du das sagst, ist es eben was Böses. Nein, nein, nein. Es ist nicht so böse, wie du denkst. Okay. Ja, ich habe sogar zwei für dich. Pass auf. Bist du ready? Warte. Ja. Die sind süß, ne? Süß, ja. Die sind wieder eingefangen. Ja. Ich setze die hier unter Wasser aus. Nee, die haben wir nicht ausgepackt. So ein kleines Schweinchen, komm her. Du bist so ein kleines Schweinchen, du. Das ist so geil, da wollte sie mich umbringen. Und sterbe ja im Wasser. Oh, du bist gemein. Oh, der hat auch eine Lapelle getroffen. Das wird wohl nichts mit euch. Habt ihr wieder fruchtbar? Ach, sehr gut. Das ist fruchtbar und mehr. So. Da habe ich die große Endermans-Schlacht hinter mir. So. Von Neukölln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neukölln? Ja. Zuschauer könnten ja auch mal Themen vorschlagen, ne? Theoretisch. Theoretisch. Könnten sie ja mal. Theoretisch. Könnten sie. Ähm. Ja, haben wir das Thema? Wir sind heute so ideenlos, merkt ihr das? Alle sind wir ideenlos. Ich verfolge zielstrebig meinen Planen hier. Ich. Ich habe momentan ein bisschen Brain of Car. Aber wir müssen auch noch Sniper-Lieder aufnehmen. Weil. Wir müssen auch noch hier die Mauer, also unseren Spawn-Bereich, müssen wir eigentlich auch noch weiterbauen. Weil wir haben so viele Projekte angefangen. Ja, irgendwie, wahrscheinlich wären wir damit gar nicht fertig. Oh nein. Fatal. Doch 50 Folgen mehr als erwartet. Fatal. Ich will auf jeden Fall mein Schloss fertig machen. Also warum bist du Brain of Car, Max? Wieso ich Brain of Car bin? Weil ich gerade volle Karte beschäftigt bin mit dem Forschung wieder. Und weil ich vor allem noch nichts gegessen habe. Ich habe mega Hunger. Noch eine Kuh. Ich denke die ganze Zeit, irgendwas Leckeres zu essen. Und sabber vor mich hin. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Wer lacht da so blöd? Ich dachte auch grad, wer lacht da so blöd im Hintergrund? Meine Nachbarn. Achso. Die sind ja blöd. Sind die hübsch? Die sind vor allem jetzt erstmal alt, die haben nämlich Besuch von ihren Großeltern schon mal. Sind die Großeltern jetzt deine Nachbarn? So weißt du was, ist Max ja egal, ne? Ja, dass Max das egal ist, das wusste ich schon. Ne, das war immer nur so, jetzt sind sie vor allem alt, plötzlich ändert sich das Alter der Nachbarn, das war auch nicht normal. Gut, alles möglich, ne? Und plötzlich waren sie alt. Nichts ist unmöglich, Toyota. Wo waren eigentlich deine komischen Duskberrys, Tore? Duskberrys? Ja, hattest du einfach nicht einen ganz Busch an Baum? Die aus dem Nether? Ja. Oben in meinem Haus, auf der oberen Ebene? Ja, stimmt, da war ja was. Meins, 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 meins. Noch zwei paarungswillige Kühe gefunden. Das eine hieß Max und das andere hieß Elzebet. So. Elzebet? Ja. So, jetzt lass ich jetzt erstmal hier gedeihen, gleich kümmere ich mich weiter drum, jetzt muss ich erstmal andere Sachen nachgucken. Zack. Immer noch nicht genug Ignes. Oh, Ignes, Ignes, Ignes. Wo ist unser ganzer Red-Statter? Oh. Was ist das? Kleines Schweinchen, so geht das nicht. Geht's hier in die Mitte. Was hab ich hier gemacht? Was hab ich hier erschaffen? Oh nein. Hast du getan? Oh, ich bin böse. Ich werd euch alle im Chaos versinken lassen. Ich hab die, ich hab die Route der neun Höllen erschaffen. Was? Damit werd ich jetzt sofort zufliegen, weil ich sehe Anne da hinten rumfliegen. Anne. Was? Wo bist'n du? Was ist das? Das ist meine Route of Nine Health. Guck mal was ich mach' an. Nichts. Wieso kann sie nichts? Aber sonst wird's gehen, ja? Achso. Warte mal was, ich muss noch mal mehr aufladen. Ich muss die Energie der Welt auf mich aufnehmen, in mir aufnehmen. alles Leben vernichten. Oder? Was steht da? So, jetzt muss ich nochmal planen, wie mach' ich das am besten. Ach guck mal, das kann man schon wieder zumachen. Ah ne. Da bist du. Ja. Jetzt komm' her. Wieso funktioniert das? Hä? Was ist das? Hä? Ich soll damit eigentlich dieser Höllenflöder Mäuse spüren? kann ich nicht spüren können. Au! Au! Greif mich an! Die verfolgt mich! Hmhmhmhmhmhmhmh. Aber wie cool! Aber wie kann ich auf Leute zielen? Was findest du cool? Und die werden dann verfolgt? Bist du. Ich bin ganz weit weg. Kann ich auch damit auf den Creeper ziehen? Ich lasse sie jetzt mal in deinem Haus raus. Ich glaube, die setzt auch Möbel in Brand. Mal gucken, was passiert. Oh, die greift sogar die Creeper an. Ist das cool. Jetzt ist sie tot. Ich habe es gerade gehört und war echt überrascht. Max, nein! Was macht er denn? Ich lasse sie hier bei uns im Lagerhaus frei. Du setzt doch Sachen in Brand. Die setzt gar nicht Sachen in Brand. Sollen die in Brand setzen? Ich weiß ja nicht. Ich kann die nur auf euch steuern und senden. Findest du nicht, dass das schlimm genug ist? Find ich auch schon ziemlich schlimm. Nö, ich finde es toll. So. Und nun. Was denn? So, jetzt bringe ich ihn um. Wo ist er? Max oder wen? Ja. Oder ob ich da? Was hat er gemacht? Ich habe eine Fledermaus auf mich geschossen. Von sehr, sehr weit weg habe ich eine Feuerfledermaus beschworen. Wo ist er? Ich sehe euch beide. Sieht aus wie Ameisen. Er ist ganz weit oben einfach. Ich bringe ihn um jetzt. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Er braucht Glück, dass er flüchten kann. Und nun. Sollte ich hier vielleicht noch eine Treppe runter bauen? Hm. Nein. So überlegen. Ach, hier unten muss ich noch weiter ausbauen. Was macht ihr denn hier? Ihr denkt, ihr seid cool, weil ihr schießen könnt? Ich kann auch schießen, ihr Penner. Das hier unten muss ich noch fertig zubauen. Habe ich ja voll vergessen. Da wollte ich ja noch meinen, hier die Monster-Spawner wollte ich ja noch einbeziehen. Die Monster-Spawner, stimmt. Du wolltest noch ein neues bauen machen, ne? Ne, PS, fahr mal rein. Das muss ich noch machen? Fahr mal rein. So eine To-Do-List machen. Ich glaube, ich schreibe das mal auf unsere alte To-Do-List drauf. Welches? Da war ich ja letztes Mal eigentlich schon dran, was man mir hier achte, ist das? Was ist das hier überhaupt? Alte Loch. Das alte Loch. Was ist das für ein Geräusch? Ich erkenne nur gerade deinen Boden aus, ob hier irgendwelche... Oh, oh, hier ist was. Was ist da? Hier sind irgendwelche Feuerelementare in der Nähe, Feuerelemente in der Nähe. Okay. Das heißt, das sind wahrscheinlich Feierscharts. Möglicherweise. Oh, wie süß. Das hat ein riesen Slime bei meinem Haus. Wie kann das nur dahin gelangen? Weiß nicht. So, die Folge ist leider auch schon wieder zu Ende, ne? Was? Schon wieder? Ich bekomme jetzt so gar nichts. Dabei gebe ich mir so Mühe. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein bei Let's Play Feet the Peace on Leash. Bis dahin. Tschau.